ja liebe leute und so schaut eine hexenküche der modernen aus das ist Hexenküche der modernen kleines video das ist die zeit nachts lässt sich immer am besten arbeiten und das sind die schönen bilder also wir machen jetzt kurz am östchen grafen das sieht gut aus Fisch Sehne hat man auch mal gehabt Klasse und alles bei derselben Wolkzahl ganz nebenbei leuchten noch 8 LED kann schon ein bisschen fehl werden lassen wir haben noch nicht mal 100mA weg jetzt jetzt leuchten sie richtig rein ja ja Na, ist noch ruhig geschehen. Im Prinzip Blastung müssen wir kurz ausmachen. Am Taptop drehen lässt. Das ist doch schwarz, oder? Im Grunde schon, ja. Hast du keinen Strom mehr? Ach, da klappt auch dein Laptop auf. In zwei Sekunden, ne. Eine Minute geht das wieder. Ah, ja, hier. Es pendelt in die eine Richtung, aber es pendelt zurück. Und die andere. Ah, haben wir sie. Die Energieschaukel des Lebens, oder? Was meinst du, du? Mal gucken. Wie hieß das? Sag mal, hat das Monster von Frankenstein eigentlich einen Namen gehabt? Oder hieß das einfach Monster? Was meinst du? Keine Ahnung. Mhm. 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 Oh, yes. Das ist bei dir, hm? Na, Kekse. Ich muss auch ein bisschen dokumentieren. Das ist bei dir, hm?